Hallo, hier ist Kay von Cancuner Fit. Heute an Tag 4 der Plank Challenge. Wir haben mit 28 Sekunden begonnen. Heute sind wir bei 49 Sekunden. Das heißt für dich 49 Sekunden Plank halten. Das heißt für mich 49 Sekunden Plank, 49 Sekunden Hohesbrett und 49 Sekunden Push-Up unten halten. Gestern bei 42 Sekunden Push-Up unten halten war schon eine kleine Herausforderung. Mal gucken, wie es heute läuft. Dir wünsche ich viel Spaß und mir auch. So, wir beginnen mit Plank. Immer ganz wichtig, dass du deine Körpermitte nach innen ziehst, dass du deine Fersen nach hinten wegdrückst, dass die Ellenbogen unter deinen Schultern sind. Und ich empfehle nicht, dir die Zeit direkt unter dein Gesicht zu legen, so wie ich das gerade mache. Das ist ja reine Quälerei. In den letzten Sekunden laufen. Knie aufsetzen. Ich gönne mir 7 Sekunden Pause. Setz schon mal die Handgelenke unter die Schultern und gehe dann ins Ruhrbrett. Noch 49 Sekunden halten. Stich. 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 So. So. Vielen Dank. Das war halt. Aber trotzdem geschafft.